hallo und herzlich willkommen zu einem neuen test video von mir heute teste ich mit euch zusammen die herr force one eine neuheit 2017 aus dem hause pyroland und ja jetzt wird es richtig goldig diese batterie hat ja schon ein bisschen für gesprächssteuer gesorgt was heißt batterie ist ein verbund auch denn das ganze viel in den ersten test chargen wirklich bis auf den bonen wieder runter ich bin so krass jetzt gespannt auf das ding ich halte kaum noch aus und deshalb werde ich gar nicht lange rumdiskutieren zeige ich kurz noch ein paar eckdaten und dann geht es sofort raus und an damit ja einem haben wir hier 1388,8 gramm 40 meter steig gehört das teil ja 30er kaliber auch 50 sekunden brenndauer 64 schuss auch wir gehen raus und testen das teil ach du scheiße leute wahnsinn die ist alles voller striker leute leute kammer geiles teils alter die hammergeiles tutorial Das ist so. Ich habe das Scheißen über den Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017